Hey und wie geht es euch meine Performa? Hier ist wieder euer Outperformance mit einem neuen Fortnite Video. Heute sehen wir uns etwas an, was noch größer als der Komet sein könnte. Und damit meine ich nicht die Größe des Kometen selbst. Vergesst nicht das Video zu teilen und zu bewerten, wenn es euch gefallen hat. Für mehr Videos könnt ihr mich kostenlos abonnieren. Vergesst dabei nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video online kommt. Also was kann es schon größeres geben, als einen Komet, der auf die Map einschlägt? Ich habe in meinem neue geheime Orte Video hier vorbeigeschaut, aber habe es extra nicht in das Video gepackt, weil das meiner Meinung nach einfach ein eigenes Video verdient hat. Dieses Gebiet ist eines von den neuen Orten des letzten Updates. Wir bauen mal schnell alles hier ab und dann zeige ich euch, was es hier zu sehen gibt. Bis zum nächsten Mal! So, könnt ihr das erkennen? Ich baue mich nochmal etwas hoch, um es von oben zu betrachten. Vielleicht blende ich euch auch vom Replay Modus eine Szene ein. Genau, ihr seht richtig. Und zwar ist das ein gigantischer Fußabdruck bzw. eine große Fußspur. Was könnte das sein, ist halt jetzt die Frage. Und warum war dieser Ort bzw. der Abdruck nicht schon vor dem Update hier? Will Epic Games damit schon am Anfang der 4. Season einen Hype für die 5. Season aufbauen? Ich glaube nicht. Aber es könnte natürlich trotzdem etwas mit der 5. Season zu tun haben. Vielleicht auch etwas in Richtung Dinosaurier. Das ist jetzt ziemlich weit hergeholt, aber vielleicht kommt ja in Season 4 oder 5 eine Jungle Map. Aber warum sie das jetzt schon, ich sag mal, hypen wollen, verstehe ich nicht ganz. Auf der Map gibt es ja auch sehr viele Kameras seit dem letzten Update. Auch hier ist ein Filmset bzw. Kamera aufgebaut. Was will uns Epic Games damit genau sagen? Bevor ich da noch, jetzt wo gerade mal die 4. Season angefangen hat, weitere Theorien über Season 5 aufstelle, beende ich lieber das Video. Aber mich würde interessieren, was ihr denkt. Was genau kann das sein oder was soll uns dieser Abdruck sagen? Ihr wisst ja, kommentieren ist auf meinen Channel nicht verboten, also ab damit in die Kommentare. Gut und das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es doch mit einem saftigen Daumen nach oben. Und wenn ihr hier neu auf meinem Kanal seid und mich unterstützen wollt, würde ich mich für ein kostenloses Abo freuen. Vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, wenn ihr immer wissen wollt, wenn ein neues Video online kommt. Teil das Video mit euren Freunden, Nachbarn, Bekannten, Verwandten und natürlich mit eurem Haustier. Das war's von mir. Danke fürs Zusehen und euren Support. Macht's gut und bis zum nächsten Mal Leute. Ihr wisst was jetzt kommt. Performance out. Das war's von mir.